Hallo, mein Name ist Bernd Schlattmann. Wir befinden uns hier in Ochtrup, wo ich zusammen mit meiner Familie einen klassischen westfälischen Familienbetrieb betreibe. Unsere Schwerpunkte sind Jungsauenaufzucht, Bullenmast und Ackerbau. Wir ziehen hier in Ochtrup an zwei unterschiedlichen Standorten Danik Jungsauen auf. Dazu werden wir alle 14 Tage aus einem regionalen Vermehrungsbetrieb mit Zuchtläufern beliefert. Die Besonderheit an unserem Betrieb ist die geteilte Jungsauenaufzucht. Das bedeutet, die ersten 35 Tage werden die Zuchtläufer an Libitum am Breiautomaten aufgezogen, sodass wir das komplette genetische Potenzial der Zuchtläufer ausnutzen können. Danach werden die Tiere umgestallt an den Querdruck, wo sie weiter trocken gefüttert werden, um die ideale Kondition zur Auslieferung sicherzustellen. Unsere Jungsauen erhalten während der Aufzuchtphase bereits Schutzimpfungen gegen PRS, APP und Mycoplasmen, sodass eine einfache Eingliederung bei dem Kunden gewährleistet ist.